Die Neugestaltung des Areals am Wiener Heumarkt ist in Wien ja schon seit Jahren Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Im Wesentlichen geht es ja darum, was anstelle des, wie manche sagen, hässlichen Interkontinentalhotels dorthin kommen soll und ob das zulässig und UVP-pflichtig ist. Und dazu hat das Bundesverwaltungsgericht am 9.04.2019 eine Entscheidung getroffen, die meiner Meinung nach Auswirkungen auch auf andere UVP-Projekte hat. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Bei dem Heumarkt-Projekt geht es darum, das alte Interkontinental wegzugeben und stattdessen ein neues Hotelsamt-Wohnturm hinzubauen und auch das Areal des Eislaufvereines neu zu gestalten. Und dieser neue Wohnturm, der ist beträchtlich höher als das Interkontinentalhotel und da diskutiert sozusagen ganz Wien, ob das Auswirkungen auf die Wiener Innenstadt als UNESCO-Weltkulturerbe haben soll. Und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gesagt, ja, sehe ich auch so und deswegen ist das Projekt UVP-pflichtig. Und aus meiner Sicht sind zwei Punkte in diesem Judikat für uns eigentlich ganz maßgeblich und die haben auch Auswirkungen auf andere Verfahren. Der erste Punkt ist einmal, dass das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren fortgesetzt hat, obwohl der Antragsteller seinen UVP-Feststellungsantrag zurückzog. Ja, der Antragsteller hat zuerst so einen Antrag gestellt und hat die Wiener Landesregierung gesagt, das ist nicht UVP-pflichtig, weil das Projekt ist im Wesentlichen zu klein. Und dann ist er zum Bundesverwaltungsgericht gekommen, hat dort gesehen, das wird eher Richtung UVP-Pflicht ausgehen und ich ziehe lieber vorsorglich meinen Antrag zurück. Und nach bisheriger Sichtweise hätte dann das Gericht das Verfahren auch einstellen müssen. Das Bundesverwaltungsgericht hat aber gesagt, nein, ich stütze mich hier auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs aus 2018. Da hat der Gerichtshof gesagt, selbst wenn eine nicht antragslegitimierte NGO einen UVP-Feststellungsantrag stellt, ist das Verfahren trotzdem zu Ende zu führen, weil man hätte es ja auch von Amts wegen einleiten können. Und genauso sieht es eben jetzt auch das BVWG und das BVWG sagt, da sprechen doch öffentliche Interessen dafür, dass wir dieses Verfahren jetzt zu Ende führen und außerdem soll so ein Verfahren ja auch schnell sein und fair sein und auch nicht zu viel kosten. Und deswegen hat es, obwohl der Antrag eigentlich zurückgezogen worden ist, dennoch über die UVP-Pflicht des Projektes abgesprochen. Ob das zulässig ist, wissen wir nicht. Der Verfassungsgerichtshof wird es uns erklären in den nächsten Monaten, nehme ich an, es geht hier um das Recht auf den gesetzlichen Richter, also schon um einen fundamentalen Grundsatz unserer Verfassung. Der zweite Punkt, den sich das Bundesverwaltungsgericht näher angesehen hat, ist der Tatbestand des Städtebauvorhabens im UVP-Gesetz und das Gericht hat gesagt, naja, der ist zu eingefasst, da werden eben so UNESCO-Weltkulturerbe-Gesichtspunkte gar nicht berücksichtigt. Ich gehe in Direktanwendung der UVP-Richtlinie und in dieser Direktanwendung der UVP-Richtlinie ist dann eben erkannt worden, ja, dieses Projekt ist tatsächlich einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Das hat auch Auswirkungen auf andere Projekte. Warum? Weil es im UVP-Gesetz mehrere Tatbestände gibt, die zwar Mengenschwellenwerte vorsehen, aber schutzwürdige Gebiete nicht ausreichend berücksichtigen, indem man eben sagt, in einem schutzwürdigen Gebiet gelten niedrigere Schwellenwerte, also eine niedrigere Eintrittshürde ins UVP-Verfahren. Das heißt für uns in der Praxis, erstens, wir müssen uns künftig genau anschauen, ob wir überhaupt einen UVP-Feststellungsantrag stellen, weil dann werden wir das Verfahren möglicherweise hinten nach nicht mehr los, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir können nicht mehr 100% auf das UVP-Gesetz vertrauen, weil immer auch die Direktanwendung der Richtlinie mitzudenken ist.